Tschüss, bis zum nächsten Mal Dann sehen wir uns wieder Was für ne schöne Zeit Wir freuen uns auch bald Tschüss, bis zum nächsten Mal Dann singen wir die Lieder Tausend und noch einmal Auf Wiedersehen, bis bald Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Komm, guten Tag, zu fünf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Dann sehen wir uns wieder Was für ne schöne Zeit Wir freuen uns auch bald Tschüss, bis zum nächsten Mal Dann singen wir die Lieder Tausend und noch einmal Auf Wiedersehen, bis bald Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Komm, guten Tag, zu fünf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Komm, guten Tag, zu fünf Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Hallo, ich heiße Christian Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Dann singen wir die Lieder Tausend und noch einmal Tausend und noch einmal Auf Wiedersehen, bis bald Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Komm, guten Tag, zu fünf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Komm, guten Tag, zu fünf Auf Wiedersehen Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann sehen wir uns wieder. Was für eine schöne Zeit, wir freuen uns auf bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann singen wir die Lieder. Tausend und noch einmal, auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, komm guten Klasse, fünf, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, komm guten Klasse, fünf, auf Wiedersehen. Hallo Kinder, ich bin ihr von die 4A und ich gehe jetzt in die 5, fünfte Klasse. Und ich möchte euch sagen Tschüss und gar nichts mehr. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann sehen wir uns wieder. Was für eine schöne Zeit, wir freuen uns auf bald. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann singen wir die Lieder. Tausend und noch einmal, auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, komm guten Klasse, fünf, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, komm guten Klasse, fünf, auf Wiedersehen. Tschüss, Grundschule. Hallo, Sekundarstufe.